Jeder schrieb zusammen, aber keiner ist allein, und man will ja Spielsatz und Sieg meine Damen und Herren! Sie gewinnen der dritte Karte, 15 zu 12. Gratulation an die beiden Damen in Geld, Tanja Hüberli, Tanja Duikeney, Vize-Schweizer-Meisterin 2015, Platz 1, der neue Schweizer Meister, heisst Isabelle Forrer, Anouk-Ranger-Depré! Unglaublich ist es, oder? Es tut so gut! Vielen Dank, dass ihr alle da seid! Es ist eine super Stimmung! Er ist mega klasse, hier zu spielen! Isabelle Forrer, ein bisschen ein Leidungsthema, und zwar, wenn wir hier im Posenwesen noch 6 Mal, ist bereits ein Vize-Schweizer-Meisterin geworden. Ist das plötzlich heute im Laufe des Spiels wieder in Kopf oder nicht schon wieder nur zweit? Ja, zum Glück nicht! Ich weiss, das allererstes Mal, wenn ich auf dem Bundesplatz spielen durfte, das ist mittlerweile doch schon wieder her. Dann sind wir Zweiter geworden und ich habe mich auch gefreut. Ich glaube, egal, ob man erst zweit, dritt wird, es ist mega cool, hier zu spielen. Und jetzt mit Anouk genommen, die Dritte zu holen, bedeutet uns nach dieser Saison und der letzte Saison extrem viel. Und ein großes Merci an alle, die uns die ganze Saison unterstützt haben, die uns denkt haben, taumendruppt haben, gefehlt haben, egal wo, wo auch immer. Bestes für morgen. Ich frage, wir müssen auch noch ganz sagen, college-Schweizer-Trainer Anouk und Isa. Bis zum nächsten Mal. Applaus tax jum posso Vielen Dank.